Die optischen Qualitäten von FEAR sind über jeden Zweifel erhaben. Mit sehenswerten Spezialeffekten, einer realistischen Physik-Engine und der zuschaltbaren Zeitlupenfunktion setzt der Titel actionreiche Ballereien superb in Szene. Spielerisch punkte das Spiel dank dichter, düsterer Atmosphäre und fordernder künstlicher Intelligenz der Computergegner. Die spannende Horror-Story jagt ihnen garantiert so manchen Schauer über den Rücken. Die gewitzten Gegner nutzen die Level-Umgebung, verschanzen sich hinter Möbeln, hechten durch Scheiben, variieren ihre Vorgehensweise und verblüffen sie so immer wieder aufs Neue. Alles in allem bietet FEAR erstklassige Unterhaltung.